Boom, what up, benedict only here, back with some more, leaderflashes, axio, twitch yumi, new yumi, broken, pentakill, instant, one shot, mach nur so'n titel. Ähm, ne, das ist jetzt mein Intro. Das war das Intro. Äh, ich mach immer dann relativ gern. Alter, hab ich mich erschrocken. Junge! Neee! Da ist doch kein Intro. Oh! Kam er tot? Digga, wenn ich die Fügel gerettet hätte... Mein fucking Gott! Naja, die hat dir die Mantra weh genutzt, alter. Ein Kuntis tot. Hallo da! Drei Mann! Oh fuck. All good, all good, wir kommen raus, alles gut, alles gut. Ich will eigentlich gar nicht so nah hin, einfach wegen der Karma wehen. Rein, 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 rein. Ja, ja, chill. Ist mir schon ge-eat? Ne, ne, ja. Ja, hat ge-eat, hat ge-eat. Das ist der Fall für die Fallă! Ja, das ist der Fall. Hahahaha! Ha-ha, blöde! Joink! Hihihiihi, yo, die Canon gespited! Warum wird die auch noch geliefert, guck mal. Oh mein Gott. Nee? Ja? Okay. Ah, meine Ehe! Was geht da auch noch? Eigentlich? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was ist das? Aua. Oh, Bälle. Der Solo-Kill. Der Solo-Kill. Oh, oh! Nice! Ah! Ich bin so... Oh, hier ist ein Mentor, Leute. Oh, das ist ein f***ing Himmel, okay? Ach, mein Gott. Ich bin so ein Int, Alter. Du bist in der Jabe nun. Oh, ja, die sind ja drüber in der Rüste. Aua. Ich hätte einfach das zu mir noch auflösen. Kein Problem. Dich? Dich? Hallo, Motherfucker! Boah! Ja, ich wurde gewor... Ja, scheiße, das Traum. Scheiß Game. Au! Der wollte nicht mehr bei mich hitten. Ich sag's mal so, ohne den Anfangs-Int hätte das was werden können. Wir sind Level 2, aber... Ich komme in. Let's go! Let's go! Let's go! Oh, wir sind Level 2 geworden, Kraft! Bei dem Ding. Auf die Klamm. Auf die Ere-Border. Dann kann ich... ... oder... ... oder... Nice! Okay, okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lebst du? Oh! Nein, natürlich nicht. Willst du? Ich probier's! Aber meine Tech-Speed ist gerade ein mies Arsch! Let's go! Auf die Renata. Ja, ja. Let's go! Nice! Rennst. Okay, ja. Nice! Hier war der Flasch. Nice! Let's go! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, die Gnarrg�. Ohh, die Gnarrg�. Oh, die Gnarrg�, die Gnarrg�. Oh, die Gnarrg�, die Gnarrght! Wenn du kennst, die wäre auch ein bisschen... ... 귀여偷, das würde ist relativ gut wie... ... die BlightStream. Mhm. Die W되 ist einfach abgelaufen gewesen. Nice! Schöne Ult! Wenn die einfach runterrennen, du musst ganz so ein bisschen trauen. Aua, da bin ich so reingesidestappt, aua, aua, aua. Oh, scheiße, Digga, ich hab ausgesehen. Machst du, machst du? Du hast noch Ult, ne, auch zum Save. Ist was. Ist was, Junge, dass du groß und stark bist. Das war so klar, Digga. Du Sackfresse. Grisou mit dem Kill. Hä? Was, Bruder? Poco brennt. Mann! Wird einfach 10 Jahre, ich war einfach 10 Jahre gefiert, Junge, wegen Fiddle. Oh. Was fällt er? Komm, 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 komm. I'm in danger! Fiddle, Fiddle! Wow! Nein! Wir laufen halt alle nur noch zusammen rum. Ja, einfach hoffen, dass der Fiddle nicht rüber holt. Okay, der kommt mit, wir laufen, wir werden mit runter. Anado! Spiel, 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 spiel! Anado! 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 Skolper! Also die letzten fünf Male, glaube ich, als ich gestorben bin, waren alle da gefühlt. Anado! Untertitelung des ZDF, 2020